Oh mein Gott, das ist Licht und ich kann es sehen. Der Pano wohnt in einem wahren kleinen Paradies. Ich zeig's euch. Wow. Ist das ein kleines Blumsklöhrchen oder sowas? Ein Zirkuswagen. Oh, das ist mein Lebensraum. Oh mein Gott, das Oberlicht. Oh. Wow. Ist das wunderschön. So eine kleine Mühe ist gerade widerwillig diese Treppe hochgekommen. Hey, guten Morgen, mein Kindchen. Ich bin halbwegs ausgeschlafen. Und zieh mich jetzt an und klopfen. Und bei der Pano, den hab ich ja noch gar nicht gesehen. Ah. Wow. Oh, ich bin so glücklich gerade. Heute geht's los. Heute geht's los. Wir entfernen den Parasit. Ich freu mich mega. Da hab ich doch glatt vergessen, euch den liebsten Dapano vorzustellen. Ja, und hier ist er. Das ist Dapano und ich bin so dankbar, dass er mir geholfen hat und auch immer noch hilft, mein Schneckenhaus zu dem zu machen, was es jetzt ist. Zu dem Stand, zu dem ihr jetzt seht, dass wir hier weitermachen, Dapano ist also gerade dabei, diese Holzplatten da abzumachen, habe ich also schon im Winter versucht, einiges zu tun, aber natürlich nicht genug. Es war nur irgendwie, um das irgendwie zu stoppen. Ich hab also mit Schimmelmitteln da diese Hölzer abgerieben, aber davor sah das Ganze leider so aus. Beim allerletzten Konzert in Kiel, kurz vor Halloween letztes Jahr, hab ich beim Ausladen gemerkt, dass da die Hintertüren schimmelig waren. Das ist mir davor noch nie aufgefallen und ich bin direkt erstmal in Tränen ausgebrochen, weil ich das so schlimm fand. Ja, und das Ausmaß war also gewaltig. Ihr seht da links unterm Bett sind da einige Schimmelsporen und ja, da geht es jetzt also ans Eingemachte. Ah, da ist noch dieses Plastik-Dings. Ach so geht das. Ja, man muss erst das Mittelteil rausholen und dann... Ihhh, sieht ja total scheiße aus. Äh, und das ist ja von hinten. Ja, ja. Ach krass, da sieht man ja richtig die Feuchtigkeit. Äh. Ja, das ist halt gut isoliert. Ja, wahrscheinlich... Das ist der Amaplex. Ist das ein bisschen zu viel Amaplex gewesen? Ja. Ich kann nicht leugnen, dass Stefan mich nicht gewarnt hat. Aber hier unten hat er es freigelassen, das ist schon mal gut. Das hat er bestimmt... Ja, nee, das ist ja wichtig, weil viele Leute wissen sich, dass so eine Tür immer hier einen Wasserablauf hat, hier unten. Ja. Das... Du kriegst keine Tür. Ah, der hätte das auch da unten reinschieben können, da stehe. Oh oh, hinter der Sonne. Eie, ja, genau so sah das aus. Das heißt, die Sonne muss weg. Genauso scheiße sah das überall aus. Ich habe jetzt schon das Ozongerät angemacht und ein bisschen mit einem Schimmelschwämmchen gewischt, aber es sah dahinter so... Oh, das würde meinen komischen Husten erklären, den ich monatelang hatte. Oh, oh ja. Und für Hunde ist das auch überhaupt nicht gut. Oh, das ist ja echt scheiße. Deshalb ist es auch dieser Wasserrand hier bestimmt gewesen. Ja, genau. Oh Gott, ich habe Angst, wenn wir das abmachen. Okay, ich helfe dir. Das ist eine Packung Räuchersalz. Die ist mir mal... Ich habe die ewig gesucht, die war irgendwie weg. Und als sie wieder aufgetaucht ist, war sie leer. Das hat eine Weile gebraucht, bis ich rausgeguckt habe, was das hier ist. Das ist Räuchersalz. Ich liebe Räuchersalz. Na, wie ist deine Einschätzung? Bist du guter Dinge? Ja. Die Sache sieht sehr nervös aus, aber wir werden es hinkriegen. Ja, du bist optimistisch? Ja. Ich weine immer noch meiner Sonne hinterher. Sieht so hässlich aus jetzt. Ja, es kann nur schöner werden. Es kommt was Neues. Es kommt was Neues. Wir ziehen Richtung Baumarkt. Da soll eine Party sein. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir da sogar Holz. Fünf Millimeter Sperrholz. Genau, wir müssen nämlich die Platten austauschen. Die geschimmelten. Und die geschimmelten Sachen, die legen wir wie große Schablonen da drauf. Wir haben die Maße. Und hier? Dann kommen neue und vorher werden die noch von Vanilla gestrichen. So, und hoffentlich gibt es schöne Farben dort. Können wir drauf? Hm? Können wir drauf? Weißt du schon gleich, wo wir hin müssen? Wir müssen dann mal in den Sägelraum. Vielleicht lassen wir uns die alle zusägen. Okay. Okay. Wir müssen uns diemal in den Sägelraum. Ich bin ein Planet, der sich durch den Kosmos dreht. Unbetreten, frei und wild, nicht erforscht im Sternenbild. Ein Neuronaut, der durchs Meer aus Träumen taucht, der mit Hirngespinsten tanzt, jeden Wunsch als Samen pflanzt. Und hier in meinen Gärten, meinen goldenen Gärten, hier verkriech ich mich, wenn mir die Welt so grausam ist. So fernab von allem, was dort draußen so geschieht, was sich so dicht und so düster um meiner goldenen Gärten schmiegt. Und eigentlich weiß ich, mein Planet bewegt sich nicht. Die Erde ist ein Karussell, dreht sich um mich viel zu schnell. Ein bemaltes Pferd, was immerzu im Kreise fährt. Ein türenloser Zug, der laut durch unendliche Tunnel rauscht. Doch hier in meinen Gärten, meinen goldenen Gärten, hier verkriech ich mich, wenn mir die Welt so grausam ist. Guten Morgen! Ich bin heute mit bester Laune aufgewacht. Es ist ein neuer Tag, es geht los. Hier ist die kleine Müh, die ist noch am Frühstücken. Da habe ich ihr schon die Kissen hingelegt, da kann sie wieder in unsere Nähe kommen. Und der Karna war heute Morgen schon ganz fleißig und hat angefangen, boah, sieht das toll aus, die schimmeligen Bretter als Schablone zu benutzen und zuzusägen. Genau, das ist die, kommt auf den Radkasten. Und der sah besonders eklig aus. Wo ist das denn? Da unten, oh Gott. Da kann man sehen, wie schimmelig das war. Ja, hallo, guten Morgen, hat es gut geschmeckt? Hat es dir gut geschmeckt? Das ist so schön, das freut mich. Oh, ein kleines Bäuerchen hier, sehr gut, meine kleine Maus. Na, bist du guter Ding, ne? Spinnst du? Ja, es ist immer schön, wenn man Zeug baut, den Schimmel rauskriegt. Das ist gut, ne? Ja, ja, ja. Jetzt geht es an den Rückbau, das ist immer schön. Ich finde, es sieht jetzt schon so gesund aus. Ja. So rein. Das, ähm, der kannste es richtig an die Lunge kriegen. Ja, habe ich gemerkt. Da kann man nicht mehr am Stimmchen, er hat jetzt die Schablonsachen da zugesägt und hat gesagt, er hat im Keller, obwohl er ihn nur ganz kurz in der Hand hatte, kaum berührt hat, schon total was am Hals gemerkt. Also, und er meinte, ich habe den Schimmel wirklich schon längere Zeit im Wellen gehabt. Also, das würde erklären, warum ich gegen Ende der Tour so oft krank war. Ne? Der Schimmel. Ähm, 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 also, ähm, nicht so gesund. Hier ist unser kleines Malstudio. Jetzt wird angemalt. Draußen tröpfelt es ein kleines bisschen. Das stört uns aber nicht. Ich hole mal die Farbe. Sehr gut. Ah, es fühlt sich so gut an, was zu tun gegen den Schimmel. Der Pano sagt, dass alle möglichen Sachen, die ich habe, nicht so cool sind. Er hat gesagt, die Vorhänge müssen eigentlich raus. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich sind die Vorhänge ein Markenzeichen. Ähm, ich habe mich jetzt schon davon verabschiedet, dass hier ein Stoff ist. Das war auch eigentlich nur eine Notlösung, denn eigentlich male ich immer eine große Sonne, ähm, an meine Wände. Vielleicht blende ich euch in dieser Stelle ein Foto ein von der Sonne in meinem Studentenzimmer. Die war so schön. Die hat meine Schwester gemalt. Und die war alles geliebt. Und dann wurde sie leider überstrichen, als der neue Mieter kam. Und diese Vorhänge sind auch eine Notlösung, weil hier eigentlich ein großer Klapptisch hin soll, der so runterkommt, wo alle Sachen, die man zum Arbeiten braucht. Pinsel, Stifte, Licht, Anspitzer, Papier, Laptop. Das soll da alles reingesteckt sein in so Gummibänder, die ich festtacke. Und das ist schon mal ein großer Traum seit jetzt schon drei Jahren, dass da richtig so eine Arbeitsfläche sich verbirgt und ready ist, wenn man das runterklappt. Ähm, genau. Deshalb kann ich mich von denen wahrscheinlich auch trennen. Aber einige müssen natürlich bleiben. Ist ja klar, weil ohne Theatervorhänge geht meiner Meinung nach gar nichts. Naja, aber jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal die Rückseite. Das ist also die Seite, die an das Armerflex rankommt, die dann quasi auch versiegelt ist. Und deshalb ist jetzt noch nicht so ganz so wichtig, was das für eine Farbe ist. Aber damit bin ich auf jeden Fall gerade busy. Jetzt wird angemalt, denn wo Farbe ist, kann Schimmel nicht hinkommen. So, das war der erste Streich. Wie ihr seht, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Aber wie ihr auch seht, wir sind noch lange nicht fertig. Ähm, ich habe euch natürlich weiterhin mitgenommen. Ähm, ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Pano und freue mich, dass ihr ihn in der nächsten Woche noch näher kennenlernen könnt. Hier seht ihr einen kleinen Einblick in meine absolut professionelle Arbeitsweise. Ich bleibe also überall mit den Haaren hängen und, ähm, ja, weil ich irgendwie keine Malersachen anhatte, sondern meinen geliebten Norweger Pulli, habe ich mich natürlich auch eingesaut, ist ja klar, und danach direkt so weitergemacht wie vorher. Das bin ich. Ja, ich wollte euch nochmal Danke sagen, dass ihr bis hierher geschaut habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja, äh, um zu zeigen, dass ihr bis hierhin geschaut habt, ein kleines geheimes Symbol in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht etwas richtig Unerwartetes, was normalerweise gar keinen Sinn ergeben würde. Ähm, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann, äh, tut doch eine Ananas in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Ähm, ja, und dann wollte ich euch noch erzählen, dass mich diese Nachricht hier von Winnie erreicht hat. Das Einhorn ist für 80 Euro weggegangen. Ähm, ihr habt fleißig, ähm, gesteigert und das Einhorn ist jetzt bei einem Wesen zu Hause und reist um die Welt. Zu wem es gekommen ist, der darf sich doch mal gerne melden und Bescheid sagen, äh, was er mit dem Einhorn so vorhat und uns vielleicht kleine Updates davon schicken. Ich würde mich sehr darauf freuen. Die 80 Euro sind an die Tafel gegangen und ich finde, das ist ein richtig cooles Projekt. Ja, und jetzt sage ich, ähm, bis nächste Woche, Sonntag, 21 Uhr, geht's weiter. Jetzt freue ich mich wahnsinnig über eure Kommentare. Ähm, schreibt mir doch mal drunter, ob ihr da Pano schon kennt, ob ihr ihn auf einen der Wesen-Treffen getroffen habt, zwischen Leipzig war er, ähm, ja, ob ihr ihn auch so mögt wie ich, ob ihr auch schon mal irgendwo Schimmel hattet, ob ihr euch auskennt mit Van-Ausbau, ob ihr das Gefühl kennt, diese ganze geliebte Scheiße einmal rauszumachen und alles wieder rein, ob ihr mich da verstehen könnt. Ähm, ja, und jeder, der mich jetzt hier unterwegs sieht, wie ich jetzt gerade auf Tour bin und sieht, dass das Schneckenhaus aussieht wie eh und je, weiß vielleicht, wie viel Liebe da noch reingeflossen ist. Mehr davon nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Habts schön. Tschüss.